Oh, du spielst auch am Computer? Caramba, Caracho! Wieder verloren! Weißt du, die ganze Zeit nur vor dem Computer zu sitzen, ist nicht so toll. Nach einer Weile sagt dein Körper, beweg mich, beweg mich! Lass uns also zusammen aufstehen und eine Pause machen. Mit Greco Robbix! Als erstes müssen wir den Körper aufwärmen, denn wir haben eine lange Reise vor uns. Und zwar zu dem verborgenen Tempel von Huglerbeck, um das Amulett zu finden. Wir werden bergsteigen, skilaufen, tauchen, vielleicht sogar fliegen. Seid ihr bereit? Okay! Dann packen wir unseren Rucksack. Was brauchen wir? Schlafsack, Zelt, Taschenlampe. Ich gehe nirgendwo hin ohne meine Taschenlampe. Essen, Trinken, was Warmes zum Anziehen, Badehose, Skier und dicke Stiefel. Bist du soweit? Wir marschieren los! Und hopp, hopp, hopp! Die tapferen Abenteurer gehen auf eine große Reise. Und Knie hoch! Und die Arme schwingen! Gib Gas! Ja! Und was sehen wir vor uns? Eine Wiese mit hohem Gras. Schau mal, wie der Wind darin Wellen zaubert. Mach auch eine Welle mit deinem Arm, wie der Wind im Gras. Von einer Seite zur anderen. Immer weiter nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Aber jetzt müssen wir durch die Wiese durch. Schieb das Gras mit deinen Armen zur Seite. Der linke Arm und der rechte Arm. Super! Schieb das Gras zur Seite. Hu, hu, endlich sind wir durch. Und weiter auf der Stelle marschieren. Knie hoch! Links, rechts, links, rechts. Ja! Das macht ihr wirklich toll! Aufweia! Was jetzt? Ein matschiger Sumpf! Wir müssen aber durch mit riesigen Schritten. Große Schritte! Große Schritte! Große Schritte! Ganz genau! Und jetzt wieder marschieren! Hopp! 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 Knie richtig hoch! Voller Energie! Ja! 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 Die Abenteurer sind unterwegs. Oh je, Mini! Jetzt müssen wir den ganzen Berg hochklettern. Streckt eure Arme ganz hoch aus. Ausstrecken! Ausstrecken! Macht euch so groß, wie es nur geht. Und die Füße auch bewegen. Bergsteigen ist kein Problem für uns Abenteurer. Ja! Wir haben den Berggipfel erreicht. Und der Wind, der bläst ganz schön heftig. Mach es wie der Wind. Links und rechts. Ganz hoch und weit. Das ist schön! Und jetzt den Berg hinab. Auf Skiern! Ganz locker in den Knien. Und mit Schwüngen fahren wir durch den Schnee die Berge herunter. Ja! Ja! Fantastische Skiläufer seid ihr! Oh nein! Heiße Steine! Heiß! 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 Aua! 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 Über die heißen Steine! Schnell! 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 Wir müssen durch den See schwimmen. Arme über den Kopf. Gut so! Und weiter schwimmen. Die ganze Strecke. Ho! Endlich am Ufer. Und jetzt das Wasser abschütteln. Schüttelt euch! Arme, Beine, Kopf, den ganzen Körper. Und weiter schütteln. Die Ohren auch nicht vergessen. Hüpfen auf einem Bein. Wir müssen das Wasser aus unseren Ohren kriegen. Hüpfen, 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 hüpfen. Und immer die Seite wechseln. Wasser aus den Ohren schütteln. Oh nein! Was kommt jetzt? Mücken! Jagt die Mücken weg! Weg mit euch Mücken! Weg, 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 weg! Ja! Gut so! Das macht ihr super! Und jetzt weitermarschieren! Komm mit! Ja! Perfekt! Ihr macht das wirklich toll! Die Abenteurer marschieren weiter! Und immer weitermarschieren! Huch! Ein dunkler Wald mit vielen Ästen. Wir müssen uns unter den Ästen bücken, um weiterzukommen. Und bücken! Und bücken! Pass auf die Äste auf! Und runter! Bücken! Uh! Hört ihr das? Tiere! Affen und Bären! Lass uns den Affen-Bären-Tanz machen! Hu 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 hu! Ha 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 ha! Lauf wie ein Affenbär! Hu 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 hu! Ha 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 ha! Affen-Bären-Tanz! Aber jetzt kommt noch was ganz Großes! Ein Tiger! Hu 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 hu! Streck deine Tatzen wie ein grimmiger Tiger! Lass die Welt dein wildes Gebrüll hören! Zeig deine Zähne! Und jetzt lass uns hier endlich verschwinden! Wegfliegen! Wie ein Vogel! Wir fliegen alle weg! Zeig uns wie es geht! Alle fliegen! Oh! Siehst du das? Wir sind gleich da! Nur noch über die Zaubersteine! Wir müssen von Stein zu Stein hüpfen! Ganz vorsichtig! Von Stein zu Stein! Über das Wasser! Auf der anderen Seite müssen wir jetzt ganz leise durch die Höhle! Ganz leise auf Zehenspitzen! Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch! Ah! Da ist es! Das verborgene Amulett von Ho-Kla-Bek! Schau mal, wie es glitzert! Jetzt ganz, ganz vorsichtig! Heb es hoch! Langsam! Langsam! Und jetzt in den Rucksack! Oh nein! Wir wurden entdeckt! Ah! Schnee, wegrennen, über die Steine, wegfliegen, der Tiger und die Bären und Affen und Bücken und jetzt rennen, die Mücken, schwimmen, heiße Steine, Bergsteigen, der Wind und Skilaufen und wegrennen. Und durch den Matsch, weiter rennen, durchs hohe Gras und rennen, rennen. Endlich zu Hause. Yippie! Oh Mann, das war toll. Der Körper braucht jeden Tag Bewegung. Jetzt fühle ich mich wie neu geboren. Ich danke meinem Körper und mein Körper dankt es mir. Und wir beide danken euch fürs Mitmachen. Tschüss!